hallo und guten tag schön dass sie auf meinem kanal die schönsten fesse der alpen vorbeischauen ich möchte sie entführen zu jenen bergpässen die ihren rauen charme noch behalten haben die wenig oder gar keine leitplanken haben in diesem video geht es um die dolomiten die pässe der dolomiten sind leider in der saison vollkommen überlaufen und insofern kann man sie nur in der nebensaison am ende oder zu beginn des jahres empfehlen dieses videos ausnahmsweise nur in hd aufgenommen und nur mit einer kamera es war gewissermaßen das erste testvideo meiner action filmerei auf geht's on the road again so so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.